Grüß dich, ich bin vielleicht Berner. Und heute habe ich mir eine voll gute Idee geleistet an vielen Bürgern von der Bürgerei in Hagenberg. Und ich habe das erste Mal gesagt, dass ich das erste Mal in ganzen Bürgern zusammengegessen habe. Ich bin ganz stolz. Aber jetzt bin ich voll. Und jetzt bist du gescheit mir jetzt, gell? Ja genau, genau. Das ist mir viel informiert und die Hände haben mir geschaut. Aber man kriegt gar nichts. Ja, ganz schön geregnet vorher. Ja, aber jetzt haben wir zum Glück. Wenn Engel reisen. Wird sich das Wetter reisen. Ja genau. Und was ist das denn noch an dem bewölkenden Tag oder nicht an dem schönen Tag? Ich freue mich auf morgen und übermorgen, wenn der Sommer zurückkommt. Ich freue mich auch schon drauf. Und da in Hagenberg ist mein Verkehr. Ja. Hört mehr wenn. Und man geht's habe ich den Video. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh.